Willkommen zurück zum nächsten Part! So, und... Vielleicht haben wir die zwei Stunden. Ähm, ja mehr oder weniger offiziell, das stimmt schon. Also würde ich sagen, mindestens eine Quest sollte noch dumm sein. Ja, eine ist zwei, so. Ja, mindestens eine. So. Oh Gott, so viel Scheiße. In einem Inventar. Okay. So. Weiß haben wir... Ja, okay. Hoffentlich kriegen wir noch mal den Wechsler. Ich will ihn haben. Bitte. Nur die frischesten Zutaten nehmen. Nein, er ist nicht da. Wie viel brauchen wir denn überhaupt noch für Dingsbums? Viel, wir sind gerade erst aufgestiegen. Ja, eben. Dann nimm doch mal immer andere Gerichte. Ja, aber ich bin ja schon dabei. Aber ich glaube, das wird nicht so toll schmecken. Was war das? Knüffels... Oh. Sollte man sich vielleicht mal merken, dass das nicht so gut schmeckt. So, also machen wir noch schnell eine Quest. Äh, Gott. Ja, was? Nein, ich. Äh. Fertig. Gut. Event-Quest. Wir können eine Event-Quest machen. Warum nicht? War das da gerade der Buggy? War das da gerade der Buggy? Ja, aber das können wir noch nicht machen. Warum nicht? Wir machen jetzt eine Event-Quest. Da kommt ein Königs-Ludron vor und dafür muss man ein bisschen Skill haben. Ich bin Königs-Ludron. Ja, denn das Wichtige bei der Quest ist, man muss seine Rüstung ausziehen. Hä? Warum haben wir eine rote Unterhose? Erklär mir das. Äh, wir haben uns die, glaube ich, rot gemacht. Das war bestimmt wieder deine Scheiß-Idee. Wie? Man muss das nackt machen? Ja. Unrüstung? Genau. Nee. Doch. War das das? Nee. Eine Haie. Nimm mal eine richtige Quest. Das ist eine richtige. Oh, eine Haie. Wir können aber durch eine Event-Waffe bekommen, ja? Man kann bei Event-Quest Waffen bekommen. Natürlich. Auch lang später. Eins zumindest, ja. Okay, die Wahrscheinlichkeit zumindest. Ne, zwei. Auf jeden Fall. Also, ein Event-Quest. Daher alle ausziehen. Uh. Hier sehen wir euch rund um. Sexy. Aber ich weiß, woran du gerade denkst. Äh, nein. Du willst nicht, woran ich gerade denke. Ich weiß es aber schon. Okay, woran habe ich gerade gedacht? Du hast gerade gedacht, dass... Ähm. Darf ich besser Waffe? Also. Schreib, meinetwegen. Du hast gerade daran gedacht, dass wir in Silvana ohne Rüstung da anfangen. Ja, red weiter. Was habe ich gedacht? Los. Sock. Rede. Was hab ich gesagt? Komm, ich will das Ende empören. Was du da jetzt so damit gedichtet hast. Also, was hab ich gemacht? Das ist in Warno ohne Rüstung vorgestellt. Okay, 100 Punkte für den Teilnehmer und 10.000 Punkte und eine aufnussbare Waschmaschine. Genau. Schade, dass du so weit weggeswungen bist. Näher ran. So, so in der Quest, so stalken. Geh ans Questbrett. Geh mal ans Questbrett. Nein, Isa. Also, du bist so langsam. Auf hinterher. Ich quäl dich jetzt. Mich? Ha! Boah. Cool. Da sitzt der Typ in der Meisterkula. Oh, mein Gott. Oh, ein, äh. Table Dancer. Los, tanzt mit uns. Alle zusammen. Yeah, wir machen summa summa. Äh, Sandor, kommst du auch noch irgendwas? Hier ausziehen. Der dann ist sich aussitzt. Oh, jetzt seilig im grün. Zurkis war das doch, oder? Oder türkis. Was hat ein Käftchen? Styleisches Schwarz. Nackt. Ich seh' erst mal vor. Dann hätt' da echt nix an. Oh, weah. Ja, wenn man... Da kriegt man dann nicht so'n Anzug, sondern bis echt nackt. Nur mit ner Waffe. Super. Also, wie viel Feuereigenschaft hat das Teil? Unseres. Ja. Mal schauen. 2 oder 3. 250. 250. Das ist schon mal ganz gut. Ja, hier, hallo, kannst du mal träumen? Hier, Junge. Marina. Bitte. 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 Peach. Ähm. Ja, es hat gerade wieder schön geleckt. Geh' mal schon mal oben zum Portal. Schon mal ohne ihn losgehen. Ja, jetzt join' endlich, oder? Jetzt geh' zum Portal. Okay. Ich geh' jetzt zum Portal. Jaaa, Kev hat abgebrochen. Und er ist doch bereit. Ja, kommt der noch? Lange grüne Haare. Ja. Und wir haben lange fettige Haare. Mein Charakter hat ja... Also meine Charakterin hat blonde Haare. Aha. Ja, Sandro, komm mal. Schreib das mal. Sandor. Sandor. Sandro. Sandro. Na, Sandor. Boah, wo? Ist echt türkis. Alter, wo bleibt der? Ja, komm. Hier, komm, hier. Folge dem Führer. Der hat sich die Elvis Presley-Frisur... Ja, hab ich mir grad auch gedacht. Ja, Mann. Jetzt mach hin. Ja, endlich. Jetzt hier mal join'n hier. Und hier. Bereits ein guter Junge. Ja. So. Haie. Es geht um Haie. Ja. Ey, darf ich mal kurz was machen? Nein. Ich möchte nur kurz was gucken. Was willst du gucken? Gib mal bitte kurz. Nein, du wirst hier nicht irgendwelche Jägerinnen bespannen. Nein, das... Nein, das sag ich nicht. Ich will das gucken. Versprichst du mir, dass ich direkt sofort den Controller wieder bekomme? Ja, wenn ich was probiert hab. Okay. Das geht her. Ja. Haie. Hat der Hass ist auch schon. Reizender Aufzug. Durch�. Geht zur Quest zu dem Boxstoffe. Und dann. In die Woche. Ich muss die Kamera hauen drehen. Ich muss die Kamera hauen drehen. Ich muss das. Scheiße, was densityst dir mehr für uns darf. Klasse gemacht. Ja, das ist deine Schuld. Ach, wir sind in der Arena. Ach, wir sind in der Arena. er müsste er locker noch zwei event was ist das da dieses Zeichen ach das heißt wir können uns im Bett ausruhen so alle nackt man kann sich so viel ins Bett legen es geht nur um zwei getöteten zwischendurch kommt ein Königsluhr doch klar du wirst ja schon sehen stirbt du heilte keine Lecks auch nicht bei einem bei den Reihen trifft man die so schlecht Mann der Drachen Speer ist zu 30 Heim ist mit Töten nicht 20 mit 30 okay am besten macht man es dann irgendwie so dass ein paar Leute den Königsluhr ablenken und als einer Heide weiter oder man tötete den Königsluhr mit kann man auch machen was darfst du dann machen es war nicht ist wohl schwer und Rüstung Paksdusche Prozent ganz ich hasse Lecks das rauf mit den Lecks ja wo die Blutner war auch stark kleiner High kleiner High die die ständischen auf uns von ja da kommt der nächste so und wenn er rauskommt was wird kreisert 3 3 2 1 noch nicht noch nicht jetzt recht vor allem im Grunde genommen Lach fließt genau er auf den Abend sein er werden die nachher dann fliegen die von da sofort einmal Quedros Gebiet hin fließt Fließbandproduktion Massenmord und jetzt kommt die Königs da warten alle alle warten in der Köln der ein bisschen ein Trauer was man sieht man dass er echt so und dieser Städter und sich immer weiter schiebt vor allem unter Wasser so dass sie am spannen nein ich gucke ein Nuss Bild und Spanien bist du mein Glück nicht mein Nuss ist mein Null ist das Tor hat es ja schon ein sehr realistischer ein sehr guten Tag das ist ein großer High und der Reise kommt der nach 15 ein weiß ich nicht er kommt auf jeden Fall nein nein das wird ich nicht wirklich die jetzt wird es ernst um besonders was leckt wird es jetzt richtig scheiß auf den sie ist wieviel Schaden der schon macht die wessen wie bei Event-Quest auch High-Rank Waffen also für solche jetzt somit ja ich hab das auch schon erlaubt warum haben die alle noch so schwache Waffen weiß ich nicht ah cool die haben sich aber gut vorbereitet du siehst schon fettes Alatrio ja zum Beispiel hier der hier Sandor der kann das noch gar nicht haben der ist erst frisch im High-Rank quasi komm her du High ich töte dich gut gut durch Körperkontakt durch Körperkontakt es leeeet es leeeet und der ist gegen die gegen die gegen die gegen die gegen die moment moment nein ich will ausweichen wenns geht oder moment aufziehen aufziehen der hat immer so rote Augen wie als wäre er auf Drogen ja der ist äh Rage 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 wie cool wenn man den Drachensperrchen benutzen könnte toll der arme Ludrolle der Drachensperr ist so groß wie der so einmal kippt du am Kopf rein und hinten darauf schau das muss weh tun ok Sandor ist bei den Heim und kümmert sich um die und ich hab das bei mir mal probiert meine Drachensperre die kommen auch äh in der Vorzeigen und Sylvana ist Sterne jo sorry ja ich würde mal so sagen das ist jetzt ein ernsthaftes Problem wow oookay wie oft dürfen wir in Sylvana sterben gehen paar mal dreimal keine Ahnung oh Gott wie viele Heile fehlen noch noch einer achso da da ist links ist einer da der da ah es hat sich Sonder doch nur bei dem gedacht was machst du warum ich tötte den ja aber du trittst den ey ja Körperkontakt boah wie will du rüstst den ob du wirst du finden Alter wie stark sind hier die Tritte keine Ahnung er war schon vorher geschwächt außerdem ist das kein Tritt ist ein Schlag mit dem Ellenbogen achso mehr oder weniger so und jetzt geh auf den der machte nämlich jetzt keinen Schaden mehr ich weiß wow man ist schon gesplittet vielleicht gibt es halt dann noch ein paar ja und ein Wasserhautsmeyer ist so ja ja voll leeren ist klar Luft das das ist das ist das ist ja ein Jahr ein Versehen guck sich unser Karte ich bin wirklich enttäuscht so richtig wenigstens meine Hose nicht am Platzen da meine Hose platzt nicht ein Rüststein ey das cool und das ist eine Empfehlung ja ein Haie los dann können so eine Lanze machen die aussieht wie ein Hai und kein Langschwert ja ja okay Langschwert können wir Tenebra D das ist nur gut mit der Wachen und auferstehende Seele ist nur gut ist gar nicht gut weil es gibt ja das Lagiakos Langschwert Alter für dich ey du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst aber Tenebra D ist mit der Wachen saugut das ist nicht erwachen Alter die Waffen sind an sich so geil nein das hat sonst kein Element Du brauchst keine Elemente na klar Element ohne Element geht gar nix hier so deshalb würde ich sagen wie viel wie viel Jäger im Punkt brauchen wir noch noch scheiße viel wie viel wenn wir hoffentlich mal schauen ich wollte noch den Wechsel genau ah ja den Wechsel gibt es ich würde sagen eine Quest machen wir noch also ich brauche noch eine und um dann schreibst du einfach letzte Quest für heute oder sowas genau die sie 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 ist sie sie ist es dauert so lange bei dir letzte Quest okay so und dann dann suchen wir die gleich mal aus was willst du machen was ist die dringende Quest die können wir nun nicht machen die Event Quest können wir nun die hier machen ach so ist ja nur eine Event Quest ja die wir bisher machen und warum können wir die dringenden Quest nicht machen weil wir noch nicht hier gar nicht acht sind ach so also such dir was schönes aus ja ähm boah irgendwie hier ein okay ein Kuropeco aber keine Funk das ist eine lange dann gebe ich dir den Controller und äh wie wärs wenn wir unsere Rüstung genanzen ähm baust du nicht wie du bist geskilled genug du mein du glaubst du siehst du dich erst auf dich die Kuropeco glaub ich beweise deinen Skill super dann soll ich mir vielleicht noch ein paar Tränke wohnen ja kauf dir noch ein paar Tränke kauf mir Trank okay so also wir kämpfen immer noch nackt und Kevin auch voll geil wir sind mutig soll nicht losgehen bist du bekloppt ähm ähm was machst du ich muss lass den Scheiß ich will wissen was im Chat geschrieben wird nur ne warte nein auch keine Hitlergrüße was soll das okay wo noch sind nicht alle bereit los kämpf genau gut jetzt sind alle bereit so und alle kämpfen nein nicht alle kämpfen nackt aber Zweikämpfe nackt ja immerhin ne wenn der Kuropeco die deine Gliedmaßen verbrennt hau das wird wehtun m oder wenn der auf deinem tritt also wenn der auf Stellen des Körpers tritt wo er am besten nicht drauf boah du hast ja nur noch scheiß Gummibärchen hier ey das sind voll leckere Gummibärchen lass mal die Gummibärchen hier holen für die ekelten Viecher naja Gummibärchen ja Alex genau genau äh keine Karte ich will die Dummibärchen zu spät zu spät oh ne Wohne ich brauche keine Karte Karte ist was für ein Hubs verlassen nur bloß noch was von Kuro der Kuro sollte besser was von dir übrig lassen hä was bei Sandor was hat der geht's ihm gut das ist das Zeichen da bei dem unser Namenliste ja was heißt das n natürliche Genesung er hat nur mit Fischung das heißt der rote Balken fühlt sich wieder schneller im Leben okay Gummibärchen Fisch wird gemütlich gestehen wenn sie besser wo bin ich der Grenzer 10 in 7 in 7 dann wieder nach 6 zurück boah nein äh rechts wie ja da was klack es ist klack gemacht es hat klack gemacht und es wird noch mal klack machen oder so wie ist es das wird es ja 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 komm komm nix was hat sich noch nie wie kriege ich das boah zu kommen danke Kevin wo So, dann, ähm, ich würd mich mal in die Nähe der Falle stellen, weil jetzt musst du auf den Kopf drauf. Alter, da hat jemand einen richtig schönen... Den Razzaloshammer. Ja. Den, äh, kriegen wir auch noch. Und wir werden uns auch machen. Ja, eben, das sag ich doch. Achso, ich dachte, du hast... Ja, weil das ist nämlich die Verbesserung zu unserem Hammer. Ja, Hero? Ja. Alter, ich spiele eine Rüstung mit Windwirsch. Ähm, das hat er unsere alte. Die Windwirsch, ja. Und ich will die Diabolos rüsten. Die besteht aus nur drei Teilen. Trotzdem kann man nicht dann irgendein Widerstand haben. Nee, Erdbebenwiderstand, die hat keinen Windwiderstand. Erdbebenwiderstand. Ja. Hier zumindest schon. Und ich würde sagen, tötet den Großteil, die gibt mir mal nicht, was... Wo? Da, der hat einen Großteil hier gerufen. Der kommt gleich. Da ist er. Den Yagi. Oh, der, der ist klein. Schaut an, wie winzig der ist. Und ich würde immer ein Auge auf den Kurupeko werfen. Weil, ehrlich gesagt, du bist ja nackt. Ich weiß. Ja. Ein Yagi. Wie ist der süß? Der ist so klein. Willst du auch haben, ne? Ja. Ja. Kriege ich den. Oh, sorry. Sorry an Kevin von Dennis. Alter, heils. Ich hasse ja dich. Ich will ja, ich will den haben, der ist so süß. Ja, kriegst du bald. Ja, ich will jetzt haben. Boah, alter Samu. Dich immer beschweren. So. Wow. Wow. Okay. Wow. Okay. Der Yagi, der hat es nicht mehr lange... Äh, Moment. Ne, der lebt noch. Ich will ihn haben. Und sagen doch, er steht nur bei der Falle und hofft, dass irgendwann Leute zu ihm kommen. Wo ist der? An der Falle. Der Arme. Also, du schlägst dich ganz gut, auch wenn du nackt kämpfst. Äh, jetzt leckt es aber irgendwie so ein bisschen, äh, vom Online her, ne? Merkst du, dass das läuft nicht ganz tüssig. Du haust hier alle weg. Der Krupp, der Krupp hat den. Ja, super. Alter, das ist genug. Der Krupp trotz sind. Komm, sag so. Schaffst du nicht mehr. Oh, tu doch mal was für dein Geld. Der kriegt kein Geld. Wie, der kriegt kein Geld? Ja, der kriegt kein Geld. Wie, der kriegt kein Geld? Der hat zumindest nicht von uns. So, jetzt... Okay, zwei Leute zutaten den Compact Co. Und die anderen zwei den Großjägeri. Von dem Großjägeri brauchen wir ja sowieso momentan nichts. Deshalb ist das egal, ob wir den ausnehmen oder nicht. Aber es geht hier um Jägerern. Punkte und Punkte und Punkte. Und haben wir für den Wechsler überhaupt wollen bekommen? Ja, ähm... Boah, das ist einfach. Wohin fliegt der? Der fliegt Jack, warte an, kannst du nachgucken. Schau mal nach. Achso, ja, genau. Also Minus und Status. Und... Ja, wir haben den, das ist gut. Und hier liegt ne Falle. Tja, die wird vergangen. Da reg ich mich immer so drüber auf. Ja, komm, gib mir ne Kontrolle. Ja, scheiße. Er hat's gemerkt. Das regt mich immer so auf, wenn ich ne Falle lege und... ...die Viecher fliehen. Tja, die Viecher sind manchmal zu schlau. Ich hoffe, der Yagi ist jetzt tot. Herr Ulken! Nein! Ist so... Dann klopfst du nur andere weg. Das weißt du doch. Hast du jetzt tot der Yagi? Ja, nehm ich mal an. Zwei sind doch losgegangen und haben ihn noch schnell getötet. Ja. Du hast bisher noch keinen einzigen Treffer gelandet, muss ich sagen. Wo? Ja, du hast bisher noch No-Hit. Klar. Nein! Ach so, ach so. Ich dachte, ich hätte noch keinen Treffer bei dem. Ach so. Nein, das war nicht gemeint. Du hast noch keinen kassiert. Ich weiß. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal. Nicht, wenn er stirbt. Danke. Sehr vielen Dank. Jetzt hast du einen Treffer kassiert. Ja, ich bin ja eben auch schon mal weggeflogen. Nein, nein, keine, keine, keine. Jetzt was denn? Oder? Ja, hast du mal Glück gehabt. Ich weiß. Siehste. So. Und jetzt? Jetzt kannst du ruhig voll draufkloppen. Sollen die doch alle die Knie runterfallen? Ähm, das leckt gerade einfach übelst wie Sau. Egal, einfach drauf. Und drauf vertrauen, dass man nicht getroffen wird. Wo? Wenn sie jetzt getroffen werden. Nur weil mich jemand ungenutzt. Oh, weil das sieht nicht gut aus. Ja, okay. Aufkürst erfüllt. Sehr gut. Dann misst er aus. Ohne einen Treffer. Boah, ich bin so pro. Und habe ich ja mein Geld in die richtigen gesetzt. Das haben, guck, die anderen haben das alle nicht geschafft. Die haben alle Treffer kassiert. Tja. Und die anderen haben auch Rüstung. Außer Kevin. Ja, oder? Hat der eine? Scheint mir nicht so. Aber der hat einfach sehr schön. So. So. So, dann hoffen wir halt die den Jaggi hinbekommen, ne? Warte, du musst springen, ne? In der letzte Sekunde immer. Hoffentlich hat mich dann irgendwie so jemand wie Kevin runter. So. Und wenn nicht, dann springe ich halt in der Le... Der steht so schnell nicht mehr auf. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Null. Sehr gut. Ja! Ui! Ha! 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 Okay. Alter, guck mal. Das sieht so aus, als würden wir noch immer fallen. Weil dieser Wind noch immer an uns vorbeiziehen. Obwohl wir gar nicht mehr fallen. Ich glaube, das ist nicht Wind, das ist, ähm... Angriffserhöhungen sollte das darstellen. Nein, nein, das war das Rote. Ja, da war auch was Rotes. Da war auch was Weiß. Aha. Ja, die haben den getötet. Das war sehr gut. Super, Christian. Treue gemacht. Sehr, sehr gut. Ich bin schrisch für stolz. Komm, bitte, 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 bitte. Ne, ein bisschen hätt's noch gefehlt. Ist nicht schlimm. Jetzt beenden wir. Brauchen wir 8000 Punkte? Nein, nein, wir hätten noch so 300 benötigt oder so. Ungefähr. Dann haben wir jetzt leider keinen Jäger in Acht geschafft. Vielleicht hätten wir keine Arena-Quest machen sollen, ne? Hätten wir's geschafft. Egal. Und, äh, ja. Wir müssen uns noch von den Leuten verabschieden. Ach, ja, genau. Die Pflicht ruft. Genau. Und du führst schon wieder Gummibärchen, obwohl die Pflicht ruft. Hm? So, dann fragen wir, hat es euch Spaß gemacht? Hat es euch gefallen? Kein großes N, ein kleines. Ein kleines. Und du kannst noch winken. Wenn du willst. Ich? Ja, wink doch. Nein. Hahaha. Wink. Bitter, Hörer, Hörer. Wie du willst? Okay, was kann dir so im Chat? Den wollen wir ja lesen. Klar, klar. Jörer, Bitter, Hamm. Ja, okay. Ähm, geht weg. Ich kann's uns nicht schreiben. Super. So, jetzt fehlt nur noch einer, der winken soll, und zwar Kevin. Super, Kevin, klar, Kevin, klasse, Kevin. Wer auch die ist lieb. Ob auch die ich lieb. Okay, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ciao und dann würden wir sagen bis zum nächsten Mal irgendwann in Monster Hunter 3 online online genau oder vielleicht auch offline schauen wir mal bis dahin und tschüss